In Colmar beginnt heute eine der größten Weinmessen im Dreiländereck, die Foix Auvin. 350 Aussteller präsentieren rund 600 elsässische Weine. Es gibt kommentierte Wein- und Käseproben sowie Tanz- und Musikshows. Eröffnet wird die Messe mit einem Konzert der Rocklegende Neil Young. Die Sommermesse Foix Auvin geht noch bis zum 17. August.